Pascal Feinduno ist ein guinäischer Fußballspieler. Karriere In der Jugend spielte der Stürmer, der sich auch im offensiven Mittelfeld wohl fühlt. Für die Hirondelles de Guinea und C.I.K. Coakry in seiner Heimat Guinea. Im Jahr 1995 wechselte Feinduno nach einem vergeblichen Versuch beim Erzählens in die Jugendabteilung von Girondins Bordeaux. Zur Saison 1997-98 unterzeichnete der Guinea bei Girondins seinen ersten Profi-Vertrag. In der Folgesaison absolvierte er drei Spiele und erzielte ein Tor. Im Sommer 2001 wurde der Offensivmann nach insgesamt 28 Spielen für Bordeaux zum FC Laurier ausgeliehen. Dort wurde Feinduno Stammspieler und kam auf 30 Einsätze. Nach dieser Spielzeit kehrte er zu Girondins zurück und wurde auch dort zur festen Größe. Bis 2004 absolvierte er 66 Spiele und traf acht Mal. Zu Beginn der Saison 2004-05 wurde Feinduno erneut verliehen, er wechselte zu A Saint-Étienne. In seinem ersten Jahr spielte er dort 36 Mal und schoss 13 Tore. Daraufhin entschloss man sich in Saint-Étienne, den Spieler weiter zu verpflichten. Ende September 2008 wechselte Feinduno für 7 Millionen Euro nach Katar zu Al-SADD. Er unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre. Im Februar 2011 beendete er sein Abenteuer in der Wüste und kehrte nach Frankreich zurück, wo er bei der Asmanako einen Vertrag unterzeichnete. Im August 2011 wurde er vom FC Sion verpflichtet. Zur Saison 2012-13 wurde sein Wechsel zum türkischen Erstligisten Sani Kabor-Rueyase Spohr bekannt gegeben. Pascal Feinduno ist ein wichtiger Bestandteil der guinäischen Nationalmannschaft. In der Qualifikation zur WM 2006 spielte er zehnmal und erzielte drei Tore. Die Qualifikation gelang seinem Land jedoch nicht. Privatleben Seine jüngeren Brüder Simon Feinduno und Benjamin Feinduno spielen ebenfalls Fußball und absolvierte Länderspiele für ihr Heimatland Guinea. Simon spielte für Estre in der League 2 und als Erstligaprofi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Benjamin spielte ein Spiel in der League 2 für Aspo-Rueyase und entwickelte sich in den Jahren zum Torjäger der dritten Champion Ad-Defrance. Amateur, derzeit spielt er für Eslatranche Côte de Lumière in der Division Superiöre Regionale Ligue Atlantique Main.